So, da sind wir. So entkannt hier irgendwas. Oh, ich mach schon Schlammschuppendrachen weg. Raven, bist du noch da? Ja, ja. Alles klar, da hat der Fabian gerade aufgelist. Ich glaub wir haben eben drüber gelabert, dass Skype so scheiße ist. Weil wir immer TeamSpeak nutzen. Oder weswegen wir immer TeamSpeak nutzen. Ja, das war. Tatatatam. Bomf. Wir fliegen. Pam. So. Alles klar. Das war übrigens zensiert HD. Moment. Ja, doch war richtig was ich gesagt hab. Äh. Kanal ist unten in der Beschreibung. Was macht denn der für Videos? Ja. Hm. Also von Metin 2 weiß ich, bei ihm mehr weiß ich leider dann auch nicht. Weil ich hab mich auch noch nicht informiert. Dann muss doch das mal analysieren. Dann muss doch das mal analysieren. Lalalala. Bist du wieder da? Alles klar. Wir haben gerade über dich gelabert. Weil man, keine Ahnung, ich weiß das auf deinem Kanal Metin ist. Erklär doch mal deinen Kanal für alle Leute die grad zugucken. Äh. Oh, legendärer Drache. Echt? Fuck. Der war geil. Nein. Der war geil. Äh. Oh, komm schon. Bitte Gott. Gib ihn mir, gib ihn mir, gib ihn mir, gib ihn mir. Gib ihn mir. Perfekter Moment, ne? Aber echt, ey. Dann erklär doch mal. Leere, Leere doch. Geil. Okay, komm Baby, den ficken jetzt. Oh ja. Ne, der hat nur 200.000. Dann ist das nur wegen den 70ern so gewesen. Ja, wegen den 70ern damals. Da war alles besser, ne? Nein, weil die 70er waren dabei. Die 70er. Achso. Was für ein legendärer Drache ist es denn? Der Indigo-Flammen-Fuzzi. Ah, klar, den kenne ich, der wohnt bei mir um die Ecke. Ja? Ja, klar. Und dem gehe ich immer Sonntags Kaffee trinken. Achso. Das ist so ein Scheiß, was du erzählst. Ach ne, sag nur. Ich kann noch mehr Scheiße erzählen, warte. Nein. Kann mal jemand auf die Uhr gucken? Ich verlor, wir haben. Wir haben. Sieben. Eins, genau. Okay, dann muss ich ihn mindestens um zehn fangen, sonst ist er weg. Achso, hast du keine zwei Bildschirme? Ne, ich hab nur einen. Ich hab nur einen großen. Hopp, hopp, groß und zwei kleine. Klar, ich hab's nur eher. Oh Gott. Ich hab's nur normale. Nochmalität. Das ist groß. Hey, da ist eine Waldkrabbe. Oh, bitte. Wär doch so geil, wenn ich den packe. Ich hab sogar extra Food mit eingepackt. Ich kann das aber nicht aufnehmen. Das ist gut. Ich hab extra was eingepackt. Das wär richtig geil, wenn du kriegst. Würde ich dann gerne mal sehen. Richtig. 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 1000 gleich. Irgendwann, hoffentlich. Dann schaffst du's ja, oder? Ja. Die Frage ist halt etwa 180. Okay, fast 190.000. Ja, aber ob ich ihn fangen kann. Ich weiß halt nicht, wie stark der ist. Ach komm, bitch please und los geht's. Ja. Ganz easy, locker, ne? Ja, lock ich. Schaffst du. Ich mein, wo meinst du, wo ich meinen legendären Drachen her hab? Vom Revo um die Ecke. Ne, eigentlich nicht, aber. Aldi Süd. Aldi Süd. Ich bin legendären Drachen. Aldi Nord, Aldi Süd. Boah, sogar aus ner blauen, Alter. Soll ich ihn nicht mal aus ner lilanen. Boom. Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Nach, nach. Ach, nach, nach. Du hast genug Zeit. Oh, ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Hast du schon den ersten Versuch gestartet? Den zu Thames? Ne, noch nicht. Nein, jetzt lagts bei mir, jetzt lagts bei mir. Nein! Wie, jetzt kriegt das Connect, dann rass dich. Dann gibt's auf unserem Kanal bald ein, ähm, irgendein komischer Typ, der gerade irgendwie bei einem Drachen upraged, weil er das Konzept ist. Hörst du die Wasser drauf? Ja, ich bin, äh, hm, gestorben. Du bist so dumm. Ja, komm, wenn acht Leute auf mir draufstehen. Ah, wenn der Champion wieder da ist, dann geht Partia ab. Bei uns war mal hier ein Champion da, Level 60. Der sah aus wie Goldschatten. Der sah aus wie Goldschatten. In Unterwelthafen. Ne, der war Wassertrache. Stimmt, der sah aus wie ein Wassertrache. Hallo? Du hast ja gesagt, der war uns bei der Goldschatten. Stimmt. Und erinnere mich mich damals. Ich probiere es, es wird verdammt schwer. Das wärst du aber geschafft. Konzentration. Ich bin dafür dafür, dass du's schaffst. Können abstimmen. Oh Gott, das ist jetzt so schwer. Es wird so schwer. Ich hab ihn! Bam, 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 bam. Nein. Kacke. Wie geil, ein legendärer Drache. Will auch. Du musst dann mal zu uns in den Unterwildhafen kommen. I like your movement. Boah, mit Item Shop, wie geil. Auch wie krass. Wie mit Item. Ja, mit diesem Item Shop Item. Boah, der sieht so geil aus. Boah. Müller auch. Was ist das denn hier? Für ne heiße. Was zum Fick war das denn? Der ist aber übelst, der ist übelst stark. Übelst stark. Kommt zu uns. Ich will den sehen. I want to say. Der hat nur scheiß, der hat nur scheiß Dingsens. Fürs geht. Aber egal. Hauptsache er ist stark, würde ich mal. Hauptsache er sieht geil aus und der ist stark. Ich bin auch dafür, Hauptsache sieht geil aus. Was? Oh ja. Alter der macht physischen Schaden hat der mehr als ich. Lol. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber egal. Wie viel physischen Schaden habt denn ihr? Moment, müsst ihr... Ich drückbar C. Physischer Schaden... 897 hab ich. Ja und der ist voll doll, der total fast 1000. Ich hab 1115. Du wusstest da falsch. Ne, du bist Kriegerdingens Zeugsens. Ah, Kriegerdingens Zeugsens. Alles klar. 1115, kacken viel. Boah, der sieht so geil aus. Der sieht so geil aus. Der sieht so geil aus. Direkt mal... Nochmal ne Blau. Alter wie du... Wie du dir einen wegfreust. Ja man. Oh jetzt hab ich noch ne... Jetzt hab ich noch ne Blau geöffnet. Da ist noch einer drin. Nein. Jetzt fehlt es nur so ein behinderter Krummzahn wie immer. Krummzahn. Krummzahn? Hat der auch einen Krummzahn? Erstmal nachgeguckt. Aha. Krimblutschupendrachen muss er jetzt gehen. Ja guck mal da ist er. Ich kann ja mal nicht angreifen jetzt. Come on my way. Hallo. Legge bitte nicht so. Danke. Ich bin jetzt schon bei S. Echt? Ich bin gerade mal bei B. Aber es ist noch nicht ganz voll. Ich glaube ich will sie sogar den falschen an. Lol steht der Champion drunter. Ich komm jetzt mal durch. Ja. Oh mein Gott. Alter wie krass das. Wir sterben jetzt. Geschafft. Ihr habt Level 35 erreicht. Ich hab einen legendären. Ich hab einen legendären. Ich hab einen legendären. Ich bin doch her. Ich hab einen legendären. So geil. Wulff. 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 weil ich kommt was ich komme zu bleibt da in diesem der großen Stadte macht transport Transport transportieren eine Tierart den Transport so der Wettbewerbs im Westfett der St sich sagen denn ich sie nur die Flügel sein der Teil sich gar nicht oder so groß ist und ich möchte mit dem Handel ja also rauszuhnen ja ich kann raus so nicht so weit so weit ist den ganzen Drachen sehe nicht Transaktion was willst du denn handeln das hier ein nassen Nadelmantel und der sieht auch richtig aus wie ein Drachen nicht wie so ein weil manche Drachen sehen ja aus wie das behalte ich mal besser mein Drachenzahnfragment nein du bist scheiße ja komm du willst auch dein Müll loswerden ich hab dir dafür doch was gegeben ja aber es ist schlechter als meins ich hab nix gesagt aber ältere übergehen dreidisch so bist du denn äh da ich komm ran ich komm ran ich will ihn sehen ich will ihn sehen ich will ihn sehen der ist ne der ist es nicht nein da ist er beim Teleportmeister ich will ihn sehen ich will ihn sehen ich bin auch auf dem Weg ist er das da unten lol wie geil warte alter jetzt leckt das grüner wie geil der aussieht der sieht echt geil aus gefällt mir robust ne ist der andere ihr könnt ihr könnt das ihr wisst wie der heißt wenn ihr auf mich geht rechts daneben steht in die Flamme geiler neisser ey so hammer Leute fliegst recht rückwärts ah ne das sah gerade so aus als ob du rückwärts fliegen würdest guck mal mein Helm passt zu meiner Rüstung warte ich stell mich mal neben dich wahrscheinlich bin ich so ein Mini oder so hä achso ich dachte schon ach der der sieht auch geil aus der legendäre ja ist wohl klar aber der sieht warte ich muss ne Screenshot machen von seiner Fresse weil er einfach nur geil aussieht krass du stehst einfach mal mitten in irgendwelchen Leuten drin na und lol hier läuft noch so ein fett der ist geil der ist aber steht jetzt in mir drin ja will ich euch mal zeigen wie diese Flöten aussehen so hä welcher bist du jetzt der der hier die ganze Zeit rumrennt oder der hier steht ach da du siehst am blauen Arm ne außerhalb der ja ich hab die Namen nicht aktiviert nimm 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 warte ich glaub die kann man wahrscheinlich nicht handeln äh ja kann man nicht handeln aber warte ähm bist du bist du nein bist du bist du leicht oder schwerer Rüstung schwer ja da das kann ich so gehen alter falter level 42 das ist wandert glaub ich erstmal ins alter was ist das für ein fetter Drache der hier grad rumrennt das das ist der das ist der kleinere Drache von dem Boss da wie kannst du das ist aber kein legendärer was ist denn das wie heißt denn der Balge heißt der krass warte ähm wenn Raven und ich handeln das ist der legendärer den er jetzt hat jetzt ist er weggeflogen kacke ah ne da ist er der sieht ja geil aus ja aber echt wie heißt der Kobaltblitz nimm mal an wer äh hier ich hab's schon lange ne du warst ja jetzt eben wer ja der mit der schweren Rüstung ja gut dann der auf dem roten Drachen die Information war die geilste ich kann dich nicht anklicken Alter was ist das mich ja das kann man doch wohl unterscheiden ich hab ein Playmobil Hammer auf dem Rücken und bin ein Mann und äh eine Ast-Bellerhose ein Ast-Bellerhose ein Ast der dich anbellt dankeschön hallo guten Tag ich überleg grad ob ich für 99 nochmal eine Drachenkammer Slot kaufe dann kannst du einfach mehr Drachen haben äh wieviel habt ihr denn beide noch 396 dann kauft ihr die doch im Gehege frei dann kannst du die ganze Zeit Flöten machen ja das überleg ich gerade wie viele hast wie viele hast du schon hast du überhaupt was ist denn überhaupt freigeschaltet bis jetzt 4 äh 4 am Mann und 2 im Gehege hab ich dann mach dir im Gehege ich hab im Gehege bringt's am meisten ich mach 1 im Gehege weil spät also das letzte hab ich auch nicht freigeschaltet weil mir das zu viel ist 600 aber das lohnt sich nachher vorher wenn du dann die ganze Zeit irgendwas farmen kannst oder holen kannst so sogar das ist ein Sekretäres Passwort ähm das ist richtig bitte so ich denke mal ungültiger Konto das ist aber mein Passwort ach so Großschreibung eheh Idiot ach jetzt aber komm ich mach's die ganze Zeit falsch Ich hab hier so viel Scheiße. Ich mach mein Drache schneller 25. Mein Einer Drache hier ist Level... Was ist denn der? Oh da, was bist denn für ein Level? Ähm. Ähm. Ach so, das seh ich ja nicht. Das ist ja eines Trainings Level 5. Und eines 9. Lol. Alles klar. Ich habe im Drachennestlager überall so Scheiße. Soll ich das rausholen? Unbekanntes Erz, unbekannter Fleischklumpen? Die unbekannte... Die Erze kannst du, wenn du 100 hast, umwandeln. Ich weiß aber jetzt grad nicht, was genau das war. Okay, ich hab 60. Ich habe... Ich hab Drachenwaren und unbekannter Fleischklumpen. Von den Erzstücken hab ich 3... 4... 400. Wo? Wisst ihr, wieviel Drachenvote habt, dann könnt ihr die mal leveln. Die Drachen, eure Drachenvote. Ja, ich hab keinst mehr, Scheide. Leider. Das, was der Typer grad gemacht hat, das war das, dass ich mich mal, das ist... Teleport. Ihr wisst ihr, wohin das geht und das ist in den Turm. Auch das ist in den Turm? Ja. Ich lade die ganze Zeit meine Waffe auf. Ey, jetzt können wir in den Turm. Ich bin im Turm, ne? Echt? Moment. G.